Trotz allem, trotzdem, dass das Auto noch nicht ganz so optimal ist, da hat jemand abgekürzt, in dieser Schikane. Habe ich das Gefühl, dass Schafk langsam wieder zurückfindet und hier haben wir Visigella, ich denke der Staub kam von ihm. Der Neuf hat gestern gesagt, ich hätte in die Top 3 reinfahren können, wenn es gut gelaufen wäre. Und da rechnet sich für das Rennen tatsächlich einiges aus. Wieder die Tankklappe offen, das Bild, das kennen Sie glaube ich schon, brauchen wir Ihnen nicht nochmal zu sagen. Das könnte natürlich in dieser Kurve ein Indiz dafür unter Umständen sein, Marc, dass Will Neuf diesen Speedlimiter-Knopf gedrückt hat. Geht die Klappe, diese Catflip dabei automatisch auf? Ja, geht's ja. Da habe ich mir genau jetzt auch überlegt, ob er das ausprobiert hat. Das, was Michael Schumacher letztes Jahr im Regen gemacht hat. Hier sehen wir Visigella, ich hatte recht, der Staub kam von ihm. Nur, dass er nicht geradeaus durchgefahren ist, sondern er sich dabei noch gedreht hat. Und alles steht, das heißt Motor aus. Das war recht heftig, da ist man...